Nächster Fakt über mich ist, nämlich ich mache die Milch immer auf Sachen drauf, nämlich ich mache die Milch sowohl auf den Kaba drauf, nämlich im Sinne von, wenn ich eine Schokoladenmilch will, dann mache ich immer die Milch auf den Kaba, nicht den Kaba in die Milch. Und ich mache auch die Milch auf die Cornflakes und nicht die Cornflakes in die Milch rein. Das war noch sowas. Das war's. Es ist nicht grammatisch falsch, es ist einfach nur ein Sauklauen. Ja, gut. Dann, ich koche und backe unglaublich viel. Backen tue ich immer, wenn ich gestresst bin vor allem oder wenn ich einfach Lust habe auf Zimtschnecken. Und kochen tue ich halt, wie es jeder macht, wenn ich hungrig bin. Wobei, eine Sache, die liebe ich, wenn mein Papa sie kocht und das ist ein Spiegelei, weil mein Papa macht das beste Spiegelei der Weltgeschichte. Ist auch ein Fakt. Kann man hier stehen lassen. Einfach als Fakt. Ja, gut. Dann haben wir das jetzt wieder. Dann sind wir, dann brauchen wir jetzt den Nächsten. Dann mache ich mal einen Knick, damit ich nicht durcheinander komme. Gut. Nächste Fakten kommen jetzt.